Was können wir? Ja, und rennen beide am besten. Ach, nee. Gibt's so eine Schuramme? Die gibt ja wohl. Die gibt's noch gar nicht. Die gibt's noch gar nicht. Die gibt's noch gar nicht. Ach, mein Gott, Alter, ey. Ich hasse Lieder, ich hasse Lieder, ich hasse Lieder. Boah, ich hasse sie einfach. Und dann mit einem Anfänger, die jemanden, der so langsam den Intekt weiß, und dann ist... Das ist einfach ein Shit. Bullshit. Bullshit. So. Wo ist er, geh weg? Geh weg. Geh weg. Geh doch weg. Geh weg. Geh doch weg. Wenn man so... Zwar viel sinnloser Scheiß ist, aber... Naja, ich versuch halt, um mich irgendwie zu behalten. Nicht, dass er einfach nur auf ein Bild schmutz. Und der auch bisschen zuhört und so. Ähm... Ja. Töter ist, töter ist, töter ist. So schnell. Töter ist, töter ist. Töter ist, töter ist. Töter. Töter. So, und jetzt bei dem muss man hier ein bisschen schneller sein. Oh mein Gott, alter wie schnell die kommt. Ne, das ist so lächerlich. Ey, wenn ich das mal in... beim Farm oder so irgendwo hätte, ne? Ja, komm, lauf mir hinterher, du stück Scheiße. Mein Gott, alter. Nervt mich das? So. Ja. Ich entschuldige mich für meine Ausdrucksweise. NICHT. Genau wie dieser Scheiß. Warum läuft der da hinten hin? Ich stehe doch direkt neben dem und attackiere den. Dann verstehe ich nicht. Ich... Ich spiegel wieder. Nervt so, manchmal. Dass wir gerade nicht drauf gegangen sind, sonst wäre ich schon... Ich hab' gar keinen Bock mehr damit, ich komm' mit uns. So. Nein, nein, nein. Bleib stehen. Nein. Erstmal heilen. So. Den irgendwie pullen. Ja, und jetzt sind beide da. Und beide ergreifen. Der erste ist schon da. So. Oh. 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 Mein Gott. Ja. Der andere kommt auch noch in die Richtung. Ey, das Spiel ist so behindert, ne? Ehrlich. Ich krieg's kotzen. Ich krieg's übelste Kotzen hier. Ja. Hallo. So. Geh weg. Dankeschön. Oh mein Gott. Ja, vor allem. Welcher Idiot macht Konad so, dass Lieder und Dingens direkt nebeneinander stehen. Also wirklich so krank nebeneinander stehen. Und dann haben die noch so ne erhöhte Range, was immer übelst an kurz. So. Als nächstes. So. Als nächstes. So. 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 Und dann geht's schnell. So. Und dann geht's schnell. Der nächste soll ja... Ja. Spawn dahinten, Alter. Mann, Mann, Mann. Nervt das. Das nervt, nervt, nervt. Das nervt einfach. Ja. Und da sind wieder zwei. Ja. Ich glaube. Ja. So. Danach greifst du den da hinten an. Und dann den unten. Oder. Erstmal. Die haben auch so komische Wege. Weißt du, wenn du wenigstens rausfiltern könntest. Äh. Ja, die gehen jetzt so. Wer geht jetzt da hin, dann da hin, dann da hin. Aber nein. Kannst halt natürlich nicht. Und dann 10. Jaaa. Jaaa. So leicht kann's gehen. Ähm. Nee. Warum leicht, wenn's so schwer geht, ne? Warum leicht, wenn's so schwer geht, ne? So. Jetzt kurz noch, ne? Ah. Ob der erst warte? Nein. Ach, scheiße, ob der erst. Hätten angegriffen, wäre der hier runtergelaufen. 100%ig. Oh, und Mist, Alter. Genau, Mist. Ist ja nicht so, als hättest du 12.050.000 Defense. Nein, 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 Mama. Ich bin so jung. Schlepp. Gut. 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 So. Egal, so ein Fass ist fast fertig. So. Bevor der Mich-Attack, attack ich ihn. Gibt's eine Auslösung. So, als nächstes Ding machen. Wieder geh weg. Geh weg. Ja. Ja, und der nächste Spawn direkt neben mir, Alter. Was ist denn das für ein Huren-Scheiß hier, Alter? Ernsthaft. Wo nervt mich das? Komm her. Ja, ist gut. Du bist mir lang genug hinterhergerannt. Und dass du die nicht weglocken kannst, sodass die hier unten auf einmal sind, finde ich auch scheiße, dass sie wieder zurücklaufen, weiß. Was? Weil jetzt habe ich den gleich wieder an der Backe. Und den anderen auch. Geh hier hin. So. Damit muss ich hier kalt. Ja, Mist, Alter. Fick dich. Boah. Es tut mir leid, aber sowas nervt mich einfach. Weißt du? Ja. Den letzten Hit müssen, ey. Das ist doch größte Scheiße, wenn die es gibt. Töte ihn. Töte ihn. Töte ihn. Ja. Oh, le � nochmal. Da oben ja. So, Queste ist doch fertig oder? Ja. Und die geben wir wo ab? Weiß keiner Hier eigentlich Eigentlich Oder? Äh Gottsamon Ist die Christin fertig? Och, zehnmal den Käpt'n auch noch glatt machen Ja, okay Ogemont Käpt'n ist okay Wenn ich weiß, wo der ist Der ist wahrscheinlich hier oben irgendwo in irgendeiner Ecke oder so Da ist er Ja, und der Spass farmt das Ding hin wieder Ach, ne, ne, Gott Ja, 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 Mama Ja, ein Käpt'n und zwei Lieder, Alter Was ist denn das für eine Verarsche hier? Komm her Lauf zu mir Irgendwie Nein Sorry Sonst sagt man nicht Gib mir das auf und sag Okay Ich krieg übel schlechte Laune davon, ne Vor allem, wenn sich ne Quest richtig lange zieht Und dann irgendein Idiot kommt und das macht, was ich eh machen muss Klar Dieser Spawn ist nicht nur für mich alleine Das ist mir klar Das ist mir bewusst Aber trotzdem, ey Der weiß Dem ist hundertprozentig klar, dass ich auch hier diese scheiß Viecher farmen muss Und er geht trotzdem hin und haut ihn Anstatt er wartet, bis ich fertig bin und abhaue Nein, er macht's trotzdem Trotzdem Woran erinnert mich das? Ah, genau, Mario Barton Super Komiker Ich mag alle seine Shows, alle schon tausendmal gesehen Live wäre bestimmt auch mal cool Live ist live So Also, ihr seht es Geht einfach dahinter Also greifen euch die beiden Vögel nicht an Pullt er mit einer Range Attacke So wie ich es hier mache Er läuft kurz zu mir Ja Und schon sind wir auf der sicheren Seite Ja, davon brauchen wir jetzt noch Dass das nicht angezeigt wird, finde ich total behindert Ehrlich Nur Sex Aber egal, das ist relativ einfach Okay So, gibt die Gibt der wenigstens gute XP? Habe ich jetzt noch nicht aufgeachtet Mal bestimmt, oder? Ja, ich misse erstmal Nicht gut 7k Nicht gut Vemon würde mehr geben Danke Ja, wie ihr merkt Meine Stimme wird schon so leicht schlecht gelaunt Und gelangweilt Und klar Ja, deswegen werden wir jetzt hier nach Nachdecknissen Schluss machen Zumindest mit Digimon Masters Dann werde ich eine kleine Mumping Pause Ein Let's Eat machen Nein Eine kleine Presspause machen Und dann werde ich mein neues Game aufnehmen Nein Dann werde ich erstmal gucken, ob Digimon World 2003 funktioniert Wenn ja, werden wir das aufnehmen Ja Dann muss ich alles noch schneiden, rendern und so weiter Und ich muss mal gucken, wie viel Platz ich noch auf der Platte habe Ja, weil die da hinten Ach du Scheiße, aber auch die hinten an Die boxen sich auch mit Davion oder so Ah, Vogel, wo brauchst du? Nein, 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 was machst du? Schwert, ein fataler Fehler Äh, Digimon anklicken Danach musst du Geld einsetzen Dann gehen wir hier Alles klarman Ich werde das melancholobus Jen Lachen Jen Werb g golpe Und Jan Eli Ker Werb pod Kl Ich Sie 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 Das ist gut. Scheiße. Hat jetzt seine, ist es so. Ja. 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 Solche Leute hinsen sich. Solche Leute hinsen sich. Ach, Quest fertig, ey. Wie geil ist denn das? Wie geil ist denn das? Was? Ich kann sagen, so. Alles fertig. Wie ihr sehen könnt, keine Quest mehr. Da muss dann natürlich die Mimi rauben. Aber, wie gesagt, hab ich keinen Bock drauf. Dieses Holekeeper und sowas kann ich nicht machen. Deswegen verabschiede ich mich jetzt bei euch. Ich hoffe, ihr schaltet nächstes Mal auch wieder ein, wenn es heißt, SirPyronRP Dinglemon. Ich gucke mir erst das mal rein. Bis dennne.